Hi Jonas, bist du auf dem Weg nach Münsterland? Ja, bin ich. Es dauert aber noch, bis ich da bin. Allerdings. Du musst nämlich wenden und nach Brozovka fahren. Ich war die Woche bei meinem Vater auf dem Hof. Ich habe es wie auch immer verwechselt und dich falsch navigiert. Tut mir leid. Ach, kein Problem. Ich wende und fahre einfach nach Brozovka. Könnte aber bis zum Abend dauern. Ich bin letzte Nacht schon durchgefahren. Jetzt muss ich es einfach noch aushalten, bis ich bei dir bin. Okay, wir sehen uns dann. Er muss sterben. Du wirst bis zu deinem Tod leiden. Lass Tim da raus. Sonst wird er das erste Opfer sein. Heinz ist bei mir und wird mit einer Kugel im Herzen uns verlassen. Nein! Nein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung. BR 2018 Hi, Jonas. Hey, Tim. Wie ich sehe, tut ihr gerade häckseln? Na klar. Die Kühe brauchen ja ihr Futter. Ach so? Du hast Kühe? Ja klar. Hintenrum habe ich einen Kuhstall und zwei Keilsilos. Sehr schön. Also, was kann ich machen? Du kannst ein Glas schnappen und beim Abfahren helfen. Ja klar. Mach ich. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja. Guten Morgen, Tim. Moin, Jonas. Und? Gut geschlafen? Na sicher doch. Super. Also ich gehe kurz ins Dorf rein und kaufe was beim Bäcker. Du kannst in der Zeit schon mal die Kühe füttern. Die Mischrationen stehen auf der Liste. Ja klar, mache ich. Ja. 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 Was ist jetzt los? Warum sehe ich so schlecht? Oh verdammt, wer ist das? Ja. 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 Was ist hier los? Jetzt auf einmal sehe ich wieder alles. Oh scheiße, wer war das gerade? Das war doch nicht Edward? Ach Quatsch. Er kann's nicht sein. Er ist ja tot. Ja. 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 was hier lange durch hat. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020